Okay, also wird das jetzt wirklich eine spannende Sache, Alter. Jetzt mal zum Osttor. Ich würde sagen, erstmal kurz mal auf meine Gruppe. Kann ich noch irgendwie anpassen? Wen kann ich zurückgreifen? Ach, scheiße. Ich kann auf alle nicht zurückgreifen. Na gut. Gab es schon auch. Komm, let's go. Wir werden es schon irgendwie schaffen. Gehen wir mal zum Osttor. Das war's. Die Welt wird in der Welt gebrochen. Und dann nach Alice. Für den Weg ist das Ziel, wenn es nicht mehr Weltkrieg ist. Das ist das Schmuck. Das ist das Schmuck. Das ist das Schmuck. Das ist das Schmuck. Ich wollte mich nicht wissen, was ich nicht. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich habe mich über die Zeit geblieben. Was ist das Geist? Was ist das Mensch? Was kann man sich in der Welt sehen? Was ist das Geist? Was ist das Geist? Was ist das Geist? Ich liebe dich. Der Verlust der Menschen ist die Trennung und Error der Trennung. Ich weiß nicht, dass ich das nicht probiere. Deswegen... ...Gabe... Ich will nicht von Gabe nicht mehr von uns. Ich bin ein Mensch, nicht der erste Freund, der erste Freundin von Alessia. Alessia, die sie für sie wählen war, war sie, weil sie liebte, weil sie liebte. Ich wollte immer, immer, ich wollte sie sehen, wie sie liebte. Geh... Die Töne war die Überraschung der Überraschung. Das war's. Wenn du wieder einmal den schönen Himmel ansehen kannst, dann kannst du nichts mehr machen. Das ist alles, dass du mir nur eine魂 anstattest. Alice, deine魂... BRO! 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 Hey! Hast du dich aus? Ich bin der隊長! Hey! Das ist Gabriel! BRO! Nein... Ich habe nur die Augen geöffnet. Das ist gut. Du musst dich aufhören. Ich habe keine Probleme damit. Ich habe keine Angst vorhanden. Ich habe keine Angst vorhanden, dass BRO! Die sind von BRO! Ich habe nicht ein Gericht zu besuchen. Ich habe keinen Schmerzen. Ich habe keine Angst vorhanden. Ich habe keine Angst vorhanden, Untertitelung des ZDF, 2020 ... Ich glaube, es ist甘い, oder? Der Herr der Krieg des Schöpfe, der ihr seid, der ihr Leben, was alles verletzt, verletzt und verletzt, und die Welt zu erledigen, und die Welt zu erledigen, der ihr sehtet, 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 der ihr sehtet. Sie haben als aufzettet, das aussieht, als Sie entzündet sind. Sie wurden von Verheilungsシンベクter und Verheilung nach dem alledet, habe ich gedacht, dass dieser Account der Werbeавladen muss. Die Verheilungsシャスター und Rippia haben das Recht nicht zu retten, was mir sehr interessiert. Okay, jetzt schon in Kapitel 6, GG an der Stelle. Okay, die Frage ist, können wir uns einfach mit TP einfach hier weißgehend durchbetteln, oder geht das nicht? Ich würde sagen, wir machen es einfach mal so. Ich frage jetzt, wo wir uns jetzt hin teleportieren. Rein theoretisch muss ich hier hin. Gut, ich würde sagen, ein bisschen können wir noch. Ach, du kannst nicht nicht teleportieren. Ja geil, Alter. So, jetzt sind wir so. Teleportieren ist nicht möglich. Teleportieren geht nicht. Teleportieren am Arsch. Es wird einfach nur alles verrückt hier. Irgendwie wird irgendwie alles verrückt, aber gut. Na dann, gehen wir halt doch mal den Weg, wo wir damals gekämpft haben. Ja, wie kommen wir denn da hin? Wie geht's da hin? Natürlich wird jetzt unsere andere Frage werden, was erwartet uns am Ende? Das würde mich mal mehr interessieren, aber gut. Hoch. 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 Und rauf mit uns. Und ab durch den Eingang. Ich frage es mir, wie weit können wir abkürzen? Können wir eigentlich weiter teleportieren oder nicht? Können wir scheinbar nicht. Schade. Weil da geht es ja schon weiter. Ach, meine Fresse. Ich werde so viel Spaß haben, wieder alles laufen zu müssen. Kein Teleportieren. Wie stark bist du? Sorry, Alter. Du bist aber an mir im Weg. Du bist hässlich und wirst deswegen einen auf die Fresse bekommen. So. Danke. Ja. Bitte werden keiner in Sarai zu erkennen. Ja, wir haben es euch nicht verraten. Wir wurden einfach ausgelockt. Wir wurden einfach weggeschickt. Da gab es irgendwelche Keks, ne? Ja, ich bin einfach weggeschickt. Ja, ich bin einfach weggeschickt. Ich bin einfach weggeschickt. Ich bin einfach weggeschickt. Aber ich bin einfach weggeschickt. Oh, nein. Warum ist das immer ich? Ich bin einfach weggeschickt. Alter, ich werde schon langsam hier ein bisschen hier paranoid, wenn es dir darum geht, hier mit den Events einzustellen. Ach, das ganze Ende ist dieses Kom, wo man hier durchstücken muss, Alter. War das, waren die beim Windfallgebiet oder sah das alles nur so aus? Falls ja, dann sind wir ja wahrscheinlich bald da, um da noch zu helfen. Die Frage ist, wie viele Sequenzen gibt es da noch zu sehen? Was kommt noch alles für kranke Scheiße? Kirito, hast du gesehen? Ach, das ist es nicht. Ich habe mich gesehen. Ich habe mich überrascht, wenn ich mich überrascht, wenn ich mich überrascht habe. Ich habe mich noch nicht überrascht. Sie haben mich gebeten! Schatz, was du wissen, was du wissen? Sie haben dich gebeten, was du da? Nein, ich habe mich gebeten. Und der Drosier wurde für euch das Den海 und die Gefahr Enjoy ngày Archives. Wie heißt du dann, wo so ein Bek背get gvert, könntest du zu Patriot beim Lukasisch zugrunde spectralen Ans con Privatk Baseand Unstitzt? Du hast Männer gesagt, dass ich den Drosier, Zherve und Afterniem Talien hatte einen Le union array. Ich weiß nicht, was ich? Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe! Kirito! Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Die ersten Seite, für was wir eigentlich gar keine Schuld haben. Wir konnten es ja nicht verhindern. I'm so sorry. Wir sind dann zum Schlachtfeld, okay? Dann beeilen wir uns mal. Dann rasen wir. Wir rasen und speichern kurz mal ab. Weil, ganz ehrlich, speichern wichtig und so. Aber jetzt auf dieser fiese Fälle, dieser böse Black One Youth und so. Doch, der hat mich verraten, dieser Keck. Aber gut. Ich hoffe, dass wir ganz schnell dort sind. Und aufräumen. In Sachen Aufräumen sind wir eh einsame Spitze. Das kann man ja noch sagen. Also mit meinem Sperr räume ich doch eh auf. Ich hoffe, jetzt kommt nächste Cuts. Mal sehen, was kommt jetzt für ein kranger Scheiß. Na dann. Rein mit uns. Nein, Kirito-kun, da ist es? Kirito-kun. Kain-N-N! Kain-N-N! Ja, gut. Es war gut. Seht ihr nicht. Es war wirklich gut. Stimmt Nos. Das war wirklich gut. Aber hier ist es, was ich hier? Wir sind hier. Wir sind und die Schäufer-Gilder sind, wenn wir in den Kriegeln kommen kommen. Und das ist, dass wir hier auf dem Flugzeugen gehen können. Drossi und Salli-Salli-Salli-Salli-Salli-Salli-Salli-Salli-Salli-Salli-Salli. Der Sieg der Drossi-San ist, dass ich mich sehr interessiert habe. Der Drossi-San hat sich vor, dass es alles gut ist. Die Leute, die sich auf der Drossi-San hat, die sich nicht so gut verletzten. Ich wollte mich nicht mehr für den Drossi-San. Ich war für mich, um die Krieg zu verletzten. Kirito-San, warum hast du mich nicht verletzt? Kainan? Das ist ein Problem. Bekta, wenn ihr euch seid, ist es noch etwas zu sein. Es ist ein Problem, dass ihr euch alle mit Bekta zu beurteilen. Aber... Kirito-san, ich kann nichts sagen. Nein! Vektor hat es nicht zu verraten. Ich kann es nicht erklären. Das ist wirklich nicht so. Ich habe das Gefühl, dass ich hier bin. Ich habe keine Waffe. Ich werde es nicht verraten. Ja, wir werden es nicht verraten. Ich werde es nicht verraten. Ich glaube, dass ich nicht verraten kann. Ich weiß nicht, aber... Ach... Wenn du... ... warst du mit dem Eichmann... ... bist du nicht... Ich auch... Kai-No... Nein... Das ist die Frage. Ich glaube... Kirito haben... ... viele Tanken... Tanken... Ich habe das Gefühl, dass ich so etwas zu tun habe. Es gibt es. Ich habe heute, Kirito-San gemacht. Es gibt viele Erinnerungen. Ich habe zusammen mit dem Kirito-Soup gegessen. Es war sehr gut. Das war's für mich, wenn ich, wenn ich die großen Teile, die ich liebe, hat mich sehr gut geholfen. Ich weiß, dass ich die Aris-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San. Aber jetzt ... ich will mich jetzt ... Ich will mich jetzt ... Warum ... Ich bin jetzt hier ... dann bin ich ... aber ... ich kann es nicht ... aber ... wenn ich mich nicht ... Aber ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung. Das ist das, was ich für mich. Ich werde dir, dass ich den Weg für den Krieg hervorheben. Wow, die Story wird ja immer, aber gut zu sehen, dass wir keiner überzeugen konnten, dass wir nicht gegen kämpfen müssen, weil ganz ehrlich, das wäre zu brutal, also auch gegen ihn zu fighten, gut, keiner zwar auch nicht, aber es wäre zu brutal und ich glaube, warte mal, kommen wir dann nicht mehr zum Schlachtfeld, geil. Ja, das wird die beste Frage, wie geht es eigentlich Dorofy? Ja, aber ich denke, wir werden uns schon bald wiedersehen, wobei ich schon Sorge habe, dass wir jetzt wahrscheinlich dernächst angegriffen werden, wenn wir dann dort sind, weil ja, ich hoffe, die werden alle so saufens werden. Erstmal safen. Das ist die Frage, kann ich mich mit Teleportieren ein bisschen vorantasten? Nee, kann ich mich nicht, immer noch nicht, was soll die Scheiße? Warum darf ich mich mit Teleportieren? Warum bestraft ihr mich? Was habt ihr gegen mich? So. Ich habe keine Ahnung, kann ich mich nicht nach unten gehen? Nee, die Markierung greift nicht. Ja, wäre auch klar, ich meine, hier ist eine Katze, also wäre es ein bisschen dumm, wenn ich rundespringen könnte, ne? Ja. Ich bin der Schwerpunkt, die ich in der Schwerpunkt einsteig mitgegennisch war. Du hast du gesagt, dass du bist. Du hast du das. Du hast du gesagt. Du hast du deshalb. Du hast du gesagt, Eilish, Du! Du hast du gesagt, ich bin ein paar Menschenregen. Du hast du gesagt, ich will dir das. Du bist du gesagt, Geben! Ich bin ein Schmerz, Kind. Ihr habt das für diese Geist, was es für dieses Spiel. Was für die Vekta? Ich bin ein Schmerz! Ich bin ein Schmerz! Schmerz uns nicht. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Das ist der Fall. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich bin, ich bin wirklich nicht. Ich bin mein Freund, ich bin mein Freund. Ich bin alle, aber ich bin mein Freund. Ja, ich bin mein Freund. Ich bin dein Freund, ich bin nicht mehr. Ich werde jetzt alles aufhören. Dann besiegen wir mal die Dunkelmark, ja. Schön, dass wir da noch einseit eingreifen konnten. Okay. Wow. Die sind so stark sein, hallo? Na komm, stirb doch mal endlich. Ich muss weg. Wow. Okay, ich hab's irgendein... Moment, ich muss mal kurz mich darum kümmern. Ach. Keine Ahnung, die verteidigt sich, die Brücke. Oh mein Gott. Ja, scheiße. Oh scheiße, wir haben keinen Alter mehr. Ach, warum nur? So, bringen wir jetzt eigentlich zu Ende her. Wir müssen jetzt die erste rausbekommen. Also einfach, ist egal. Komm. Ja. Der ist jetzt raus. Ach so, du liebes Energie. Okay, das erklärt einiges. Also wenn ich... Wenn du nichts mehr machen kannst... Ist dies sowas von machtlos. Okay, verstehe. Das verrät dich so hart, Alter. Das hat dich so hart verraten. Raus. Jetzt... Jetzt kannst du nichts mehr. Du bist achtlos. Du hast jetzt gar nichts mehr in der Hand. Komm, der M-Rim ist jetzt zu voll, Alter. Also wenn ich mich gehe... Okay. Aber sie ist down. Siehst du? Ohne Mates kannst du nichts. Da kannst du gar nichts. Da bist du scheiße. Ja. Du hast dich trägt. Wenn du wirst, ist das für dich. Du kannst du einfachianUCK elegant. Leust dir auch sehr questo. Aber ich kann dich nur... Sch tą kam auch... Duütünbricht solltest du einen. ...Dalityhase? Ah, well... Ah... Um, beim sagen... Mit unserem arrest... miraka... ...D sociology- Sie- Sie- Increidnds Ich bin mir überrascht. Ich habe mich für dich selbst überrascht. Ich werde mich für dich nicht überrascht. Ich hoffe, dass ich mich für dich. Ich bin... Sie... Kaif男, der... Ich habe mich überrascht. Die Menschen, die ihr zu verabschieden, die in der Kuppigen der Anwarung der Anwarung des Gehirden, die in den Schraubung der Anwarung der Anwarung des Gehirden, und habe das Schraubung gebetet. Ich habe das Sorge gebetet. Ich habe mich überrascht, und habe mich überrascht, mit einem Schraubung des Gehirden. Das war's für heute. Ich glaube, dass Sie die Wahrnehmung vorhanden sind. Schuster, die Bekta von Bekta von Bekta... Das ist kein Problem. Bekta von 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 Bekta. So... Ich glaube, dass Sie mit diesem Kraft habt, diesen machen muss. Ich bin ein Super-Re-A-Count löser. Sie sind Pillen, sich nicht da die Schuster, du hast nicht. Über die Bekta von 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 Bekta zu tun, hat alles wollen, dass sie ein Schuster sind. Was ist das, was ich? Was ist das, was ich? Ja. Und das ist das, was wir nicht verletzten. Das ist das, was wir. Drosshin und Kainan haben wir gesehen. Und dann... Wir müssen uns mit Yusho und Aris suchen. Wir sind wohl in der Krieg. Los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020